Zwölftens Revolution und Universitätsleben 1933 Als ich zu Beginn des Sommersemesters 1933 in mein Leipziger Institut zurückkehrte, war die Zerstörung schon in vollem Gange. Mehrere meiner tüchtigsten Seminarteilnehmer hatten Deutschland verlassen, andere rüsteten sich zur Flucht. Auch mein ausgezeichneter Assistent Felix Bloch entschloss sich zur Auswanderung und natürlich musste auch ich mich fragen, ob mein Verbleiben in Deutschland noch einen vernünftigen Sinn haben könne. Aus dieser Zeit des quälenden Nachdenkens über das, was zu tun sei, sind mir zwei Gespräche besonders in Erinnerung geblieben, die mir hier weitergeholfen haben. Das eine mit einem jungen nationalsozialistischen Studenten, der über mir Vorlesungen hörte, das andere mit Max Planck. Ich bewohnte damals eine kleine Dachwohnung mit schrägen Wänden im obersten Stockwerk meines Instituts. Beim Einzug hatte ich mir als wichtigsten Einrichtungsgegenstand bei der Leipziger Firma Blüttner einen Flügel gekauft, auf dem ich oft abends allein oder im Rahmen einer Kammermusik zusammen mit Freunden spielte. Da ich neben mir an der Musikhochschule beim Pianisten Hans Belz Unterricht nahm, musste ich auch manchmal die Mittagspause zum Üben benutzen und in jenen Wochen hatte ich mir gerade das Schumann-Konzert in A-Moll vorgenommen. Eines Nachmittags verließ ich nach einer solchen Übungsstunde meine Wohnung, um ins Institut hinunter zu gehen. Da sah ich vor mir auf der Fensterbank im Flur einen jungen Studenten sitzen, den ich in meinen Vorlesungen gelegentlich auch in brauner Uniform gesehen hatte. Er stand etwas verlegen auf und grüßte, und ich fragte ihn, ob er mich sprechen wolle. »Nein«, antwortete er ein wenig stockend, »er habe nur bei der Musik zugehört. Aber da ich nun die Frage an ihn richtete, wäre er vielleicht doch dankbar, wenn er mit mir sprechen könnte. Ich bat ihn in mein Wohnzimmer, und hier schüttete er mir sein Herz aus. »Ich besuche Ihre Vorlesung und weiß, dass ich dabei etwas lernen kann, aber sonst gibt es keine Verbindung zu Ihnen. Ich habe gelegentlich schon gehört, wenn Sie Musik studieren. Ich kann sonst so selten Musik hören. Ich weiß auch, dass Sie in der Jugendbewegung gewesen sind, und zu der habe ich doch auch gehört. Aber Sie kommen nie zu unseren Jugendveranstaltungen, ob es sich nun um ein Treffen der Nationalsozialisten Studenten oder der Hitlerjugend oder einem noch größeren Kreis handelt. Ich selbst bin Hitlerjugendführer, und ich würde Sie so gern einmal in unserer Gruppe haben. Aber Sie tun so, als gehörten Sie ganz zum festgefügten Kreis der alten und konservativen Professoren, die nur noch in der Welt von gestern leben können, denen das neue Deutschland, das jetzt entsteht, völlig fremd, um nicht zu sagen verhasst ist. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der noch so jung ist und so lebendig musiziert wie Sie, unserer Jugend, die heute Deutschland neu aufbaut oder aufbauen will, fremd und verständnislos gegenübersteht. Wir brauchen doch Menschen, die mehr Erfahrung haben als wir und die bereit sind, bei diesem Aufbau mitzuhelfen. Sie stoßen sich vielleicht daran, dass jetzt doch hässliche Dinge geschehen, dass unschuldige Menschen verfolgt oder aus Deutschland vertrieben werden. Aber glauben Sie mir, solches Unrecht finde ich genauso schrecklich wie Sie, und ich bin sicher, dass keiner meiner Freunde sich an so etwas beteiligen würde. Man kann wahrscheinlich bei einer großen Revolution nicht vermeiden, dass in der ersten Erregung zu weit gegangen wird, und dass sich nach den ersten Erfolgen auch minderwertige Menschen beteiligen. Aber man kann hoffen, dass sie auch nach einer kurzen Übergangsperiode wieder ausgeschieden werden. Gerade dafür brauchen wir eben die Mitwirkung all derer, die in der richtigen Weise aufbauen wollen, die zum Beispiel in die Bewegung noch mehr von jenen Gedanken bringen würden, die schon in der Jugendbewegung lebendig waren. Also sagen Sie mir, warum Sie mit uns nichts zu tun haben wollen. Wenn es sich nur um die jungen Studenten handelte, so würde ich mir vielleicht zutrauen, durch Reden und Mitwirken dazu beizutragen, dass sich die Meinung derer durchsetzt, die ich für die Guten halte. Aber jetzt sind ja große Volksmassen in Bewegung geraten, und da wird es auf die Meinung an der paar Studenten und Professoren kaum ankommen. Auch haben sich die Führer der Revolution ja durch Verächtlichmachung der sogenannten Intellektuellen schon dagegen abgesichert, dass das Volk die Mahnung zur Vernunft ernst nehmen könnte, die vielleicht von geistig differenzierteren Menschen ausgeht. Ich muss Ihnen also umgekehrt eine Frage stellen, woher wissen Sie denn, dass Sie ein neues Deutschland aufbauen? Dass Sie dazu den besten Willen haben, kann ich Ihnen nicht von vornherein abstreiten. Aber einstweilen weiß man doch nur sicher, dass das alte Deutschland zerstört wird, dass sehr viel Unrecht geschieht, und alles andere ist einstweilen reiner Wunschtraum. Wenn Sie versuchen würden, nur dort zu verändern und zu verbessern, wo Missstände eingerissen sind, so könnte ich das gerne gelten lassen. Aber was wirklich geschieht, ist doch etwas völlig anderes. Sie müssen verstehen, dass ich nicht mithelfen kann, wenn Deutschland zerstört wird. Das ist doch ganz einfach. Nein, jetzt tun Sie uns wirklich Unrecht. Sie werden doch selbst nicht behaupten wollen, dass mit kleinen Verbesserungen noch etwas zu erreichen wäre. Seit dem letzten Kriege ist es doch von Jahr zu Jahr immer nur schlechter geworden. Dass wir den Krieg verloren haben, dass die anderen stärker gewesen sind, das ist wahr. Und es bedeutet, dass wir daraus etwas lernen müssen. Aber was ist seitdem geschehen? Man hat Nachtlokale und Kabaretts eingerichtet und alle jene verspottet, die sich Mühe gegeben haben, die sich angestrengt die Opfer gebracht haben. Wozu all der Unsinn? Amüsiert euch, der Krieg ist verloren, hier gibt es Alkohol und schöne Frauen und in der Wirtschaft hat die Korruption jedes vorstellbare Maß überstritten. Als die Regierung kein Geld mehr hatte, weil Reparationen zu zahlen waren oder weil die Leute zu arm geworden waren, um noch viele Steuern aufzubringen, hat sie das Geld eben einfach gedruckt. Warum nicht? Dass viele alte und schwache Leute dadurch um ihr letztes Hab und Gut betrogen worden sind und verhungern mussten, das bekümmerte niemanden. Die Regierung hatte ja genug Geld. Die Reichen wurden reicher, die Armen ärmer. Und sie müssen zugeben, dass in die schlimmsten Korruptionsskandale der letzten Zeit auch immer wieder Juden verwickelt waren. Und daraus leiten sie das Recht ab, die Juden als eine besondere Art Menschen anzusehen, sich schändlich zu behandeln und eine Reihe ausgezeichneter Leute aus Deutschland zu vertreiben? Warum überlassen sie es nicht den Gerichten, die zu bestrafen, die Unrecht getan haben, und zwar unabhängig von Glaubensbekenntnis oder Rasse? Weil es eben nicht geschieht. Die Justiz ist doch längst eine politische Justiz geworden, die nur die verrotteten Zustände von gestern verewigen will, die nur die bisher beherrschende Klasse schützt, ohne sich um das Wohl des ganzen Volkes zu kümmern. Schauen Sie sich doch an, wie milde die Urteile auch in den übelsten Korruptionsskandalen gewesen sind. Der geistete Setzung macht sich ja auch an vielen anderen Stellen bemerkbar. In modernen Kunstausstellungen wird das absurdeste Zeug die völlige geistige Verwirrung als hohe Kunst gepriesen und wenn der einfache Mann daran keinen Gefallen findet, wird ihm gesagt, das verstehst du eben nicht, dazu bist du zu dumm. Und hat sich der Staat um die armen Leute gekümmert? Da wird behauptet, es gibt doch gute soziale Einrichtungen, es wird dafür gesorgt, dass niemand verhungern müsse. Aber genügt es denn dem Armen gerade so viel Geld zu geben, dass er nicht verhungert, um sich dann weiter um ihn nicht zu kümmern? Sie müssen zugeben, dass wir das wirklich besser machen. Wir sitzen mit den Arbeitern zusammen, wir üben mit ihnen im gleichen SA-Sturm, wir sammeln Lebensmittel und Wollsachen für die Armen, wir marschieren gemeinsam mit den Arbeitern zu den Kundgebungen und wir spüren, dass sie glücklich sind, wenn wir an ihrem Leben teilnehmen. Das ist doch eine Verbesserung. In den 14 Jahren vorher hat auch jeder nur in die eigene Tasche gearbeitet. Es kam nur darauf an, dass man etwas bessere Kleider trug als der Nachbar, dass die Stube etwas schöner eingerichtet war, sodass man sich eben als etwas Besseres vorkommen konnte. Und die Abgeordneten im Reichstag haben nichts anderes im Sinne gehabt, als möglichst viel materiellen Vorteil für die eigene Partei herauszuschlagen. Jeder warf dem anderen Gewinnsucht vor, um sich selbst nur umso kräftiger bereichern zu können. An das allgemeine Wohl hat niemand mehr gedacht. Und wenn man sich nicht einigen konnte, so wurde geprügelt oder mit Tintenfässern geworfen. Damit ist es wirklich zu Ende und das ist doch kein Unglück. Haben Sie nie an die Möglichkeit gedacht, dass das deutsche Volk nach 1919 es lernen musste, sich selbst zu regieren, dass es gar nicht so leicht war einzusehen, dass man die Rechte der anderen Menschen freiwillig respektieren muss, wenn die Obrigkeit nicht mehr mit ihrer Autorität für ausgleichende Gerechtigkeit sorgt? Das mag sein, aber die Parteien haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, das zu lernen und in Wirklichkeit ist es mit jedem Jahr schlimmer und nicht besser geworden. Wenn wir innerhalb Deutschlands uns nur gegenseitig bekämpfen und betrügen, so können wir uns nicht darüber wundern, dass das Ansehen Deutschlands im Ausland immer weiter sinkt und dass wir vom Ausland genauso betrogen werden. Da wird im Völkerbund vom Selbstbestimmungsrecht der Völker geredet, aber natürlich werden die Südtiroler nicht gefragt, wem sie sich anschließen wollen. Südtirol gehört zu Italien. Und dann wird von Sicherheit und Abrüstung geschwätzt, aber gemeint ist immer die Abrüstung der Deutschen und die Sicherheit der anderen. Sie können uns Jungen nicht übel nehmen, dass wir diese totale Verlogenheit innen und außen einfach nicht mehr mitmachen wollen. Im Grunde können Sie das doch auch gar nicht wünschen. Und Sie glauben, dass Ihr Führer Adolf Hitler ehrlicher ist? Ich kann mir vorstellen, dass Hitler Ihnen unsympathisch ist, weil er Ihnen zu primitiv ersteinnt. Aber da er zum einfachen Volk spricht, muss er auch dessen Sprache benutzen. Ich kann Ihnen nicht beweisen, dass er ehrlicher ist. Aber Sie werden bald sehen, dass er erfolgreicher sein wird als unsere bisherigen Politiker. Sie werden erfahren, dass Deutschlands Gegner vom letzten Kriege Hitler viel mehr Zugeständnisse machen werden als seinen Vorgängern. Und zwar einfach deshalb, weil sie von jetzt ab wieder selbst Opfer bringen müssten, wenn sie das bisher geübte Unrecht aufrechterhalten wollten. In den vergangenen Jahren war das sehr viel einfacher, weil sich die deutsche Regierung jeden Zwang von außen hat gefallen lassen. Selbst wenn Sie damit Recht hätten, weiß ich nicht, ob ich ein erzwungenes Zugeständnis der anderen einen echten Erfolg ihrer Bewegung oder auch Hitlers nennen sollte. Denn für jede solche ertrotzte Änderung wird Deutschland sich wieder mehr Feinde machen und wohin der Grundsatz viel Feind, viel Ehe führt, das sollten wir doch wirklich aus dem letzten Kriege gelernt haben. Sie finden also, Deutschland sollte ruhig weiterhin die von allen verachtete und verlachte Nation bleiben, die sich alles gefallen lassen muss, die am letzten Kriege allein schuld ist, weil man ihr eben diese Schuld angedichtet hat und im Grunde nur, weil sie eben den letzten Krieg verloren hat. Und das finden Sie alles erträglich? Wir verstehen uns hier schlecht, suchte ich zu beschwichtigen und ich muss Ihnen etwas genauer erklären, was ich meine. Ich finde zunächst, dass Länder wie Dänemark, Schweden oder auch die Schweiz ganz gut leben, obwohl sie in den letzten 100 Jahren keine Kriege gewonnen haben und militärisch relativ schwach sind. Sie können auch ihre Eigenart in diesem Zustand halber Abhängigkeit von Großmächten durchaus bewahren. Warum sollen wir nicht das Gleiche anstreben? Sie können einwenden, dass wir ein viel größeres und wirtschaftlich stärkeres Volk sein als die Schweden oder die Schweizer. Da stünden uns auch viel größerer Einfluss auf das Weltgeschehen zu. Aber ich versuche dabei, in einer etwas weitere Zukunft hinaus zu denken. Die Veränderungen in der Struktur der Welt, deren Zeugen wir jetzt sind, haben doch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Wandlungen, die sich in Europa beim Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit vollzogen haben. Damals hatte die Erweiterung der Technik, insbesondere der Waffentechnik, zur Folge, dass die kleinen, zunächst politisch unabhängigen Einheiten wie Ritterburg und Stadt verschwanden, jedenfalls als unabhängige politische Gebilde verschwanden und dass sie durch größere oder kleinere, Territorialstaaten ersetzt wurden. Nachdem dieser Übergang vollzogen war, bot es für eine Stadt keinen nennenswerten Vorteil mehr, sich mit sehr kostspieligen Mauern und Verteidigungswellen zu umgeben. Im Gegenteil, eine kleine Stadt, die auf die Stadtmauern verzichtet hatte, konnte sich manchmal leichter und schneller ausbreiten als eine größere, deren Wachstum durch eine wehrhafte Stadtmauer begrenzt war. Auch in unserer Zeit macht die Technik enorme Fortschritte. Die Waffentechnik hat sich durch die Erfindung des Flugzeugs radikal verändert. Auch heute ist die Tendenz zur Bildung größerer politischer Einheiten, die über die Grenzen der Nation hinausgreifen, ganz unverkennbar. Da könnte für die Sicherheit unseres Landes besser gesorgt sein, wenn wir auf Rüstung weitgehend verzichteten und stattdessen versuchten, durch wirtschaftliche Anstrengungen gute nachbarliche Beziehungen mit den uns umgebenden Nationen einzuleiten. Eine Vermehrung der Rüstung würde vielleicht nur die Gegenkräfte bei den anderen Ländern stärken und daher im Endeffekt eine Verringerung der Sicherheit bewirken. Die Zugehörigkeit zu einer größeren politischen Gemeinschaft könnte ein viel besserer Schutz sein. Mit alledem will ich nur sagen, dass es immer sehr schwierig ist, über den Wert politischer Ziele zu urteilen, deren Erreichung noch in weiter Ferne liegt. Ich glaube daher, dass man eine politische Bewegung nie nach den Zielen beurteilen darf, die sie laut verkündet und vielleicht auch wirklich anstrebt, sondern nur nach den Mitteln, die sie zu ihrer Verwirklichung einsetzt. Diese Mittel sind leider bei den Nationalsozialisten und bei den Kommunisten gleich schlecht. Sie zeigen, dass auch die Urheber nicht mehr an die Überzeugungskraft ihrer Ideen glauben. Da kann ich mit beiden Bewegungen nichts anfangen und ich bin zu meinem Kummer überzeugt, dass aus beiden nur Unglück für Deutschland herauskommen kann. Aber Sie müssen doch zugeben, dass mit den guten Mitteln gar nichts erreicht worden ist. Die Jugendbewegung hat keine Demonstration veranstaltet, keine Fensterscheiben eingeworfen und keine Gegner verprügelt. Sie hat nur mit ihrem Beispiel versucht, neue und richtigere Wertmaßstäbe zu setzen. Aber ist dadurch irgendetwas besser geworden? Vielleicht nicht im rein politischen Leben, aber kulturell ist die Jugendbewegung doch recht fruchtbar gewesen. Denken Sie an die Volksschulen und an das Kunsthandwerk, an das Bauhaus Dessau, an die Pflege der alten Musik, an Singkreise und Laien-Spiele. Ist das nicht doch ein Gewinn? Das will ich sicher nicht abstreiten und ich freue mich darüber. Aber Deutschland muss eben auch politisch aus dem Zustand der inneren Verrottung und der äußeren Bevormundung überfreit werden. Und das ist offenbar mit den guten Mitteln alleine nicht möglich gewesen. Daraus kann ich nicht folgern, dass jetzt alles beim Alten bleiben muss. Sie kritisieren uns, weil wir einem Mann folgen, der Ihnen zu primitiv scheint und dessen Mittel Sie missbilligen. Ich empfinde seinen Antisemitismus auch als die unerfreulichste Seite unserer Bewegung und ich hoffe, dass er bald abklingt. Aber hat denn irgendein Vertreter der früheren Welt, irgendeiner der älteren Professoren, die jetzt über die Revolution klagen, versucht, uns Jungen einen Weg zu weisen, der besser wäre, der mit besseren Mitteln zum Ziele geführt hätte? Es war doch niemand da, der uns gesagt hätte, wie wir anders aus dem Elend herauskommen können. Auch Sie nicht. Was hätten wir also tun sollen? Und dann haben Sie sich eben an der Gewaltanwendung beteiligt und die Revolution mitgemacht, in der unsinnigen Illusion, was beim Zerstören irgendetwas Gutes herauskommen könne. Wissen Sie, was Jakob Burkhardt über das außenpolitische Endergebnis der Revolution geschrieben hat? Es schien schon ein großes Glück, wenn eine Revolution nicht geradezu den Erbfeind zum Herrn macht. Warum sollten wir Deutschen dieses ungewöhnliche Glück haben, wenn wir Älteren, ich muss mich jetzt dazu rechnen, keinen Rat gegeben haben, so aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir keinen Rat wussten, außer dem ganz Banalen, dass man gewissenhaft und ordentlich seine Arbeit machen und dabei hoffen soll, dass das gute Beispiel schließlich auch zum Guten wirkt. Sie wollen also immer wieder nur das Alte, das Vergangene, das Gestrige? Jeder Versuch, es zu ändern, ist nach Ihrer Ansicht schlecht und damit kann man eben die Jugend nicht mehr überzeugen. So könnte doch nie etwas Neues auf der Welt geschehen. Und mit welchem Recht treten Sie in Ihrer Wissenschaft dann für neue revolutionäre Ideen ein? In der Relativitätstheorie und der Quantentheorie hat man doch auch radikal mit allem Früheren gebrochen. Wenn wir über Revolutionen in der Wissenschaft sprechen, so ist es wichtig, sich diese Revolution sehr genau anzuschauen. Denken wir zum Beispiel an die Quantentheorie Planks. Sie wissen vielleicht, dass Planck von Anfang an ein ausgesprochen konservativer Geist war, der nie den Wunsch hatte, die alte Physik ernsthaft zu ändern. Aber er hatte sich vorgenommen, ein bestimmtes, eng umgrenztes Problem zu lösen. Er wollte das Spektrum der Wärmestrahlung verstehen. Er hat das natürlich unter Beibehaltung aller früheren physikalischen Gesetze versucht und er hat viele Jahre gebraucht, um einzusehen, dass dies nicht möglich ist. Erst dann hat er eine Hypothese vorgeschlagen, die nicht in den Rahmen der früheren Physik passte. Und selbst danach wollte er die Bresche, die er in die Mauern der alten Physik geschlagen hatte, durch zusätzliche Annahmen wieder auffüllen. Das hat sich allerdings als unmöglich herausgestellt und die weitere Verfolgung der Planck'schen Hypothese hat zu einem radikalen Umbau der ganzen Physik genötigt. Aber selbst nach dem Umbau hat sich in den Bereichen der Physik, die mit den Begriffen der klassischen Physik voll erfasst werden können, gar nichts geändert. Also in anderen Worten, in der Wissenschaft kann eine gute und furchtbare Revolution nur dann durchgeführt werden, wenn man sich bemüht, so wenig wie möglich zu ändern, wenn man sich zunächst auf die Lösung eines engen, fest umrissenen Problems beschränkt. Der Versuch, alles bisherige aufzugeben und willkürlich zu ändern, führt zu reinem Unsinn. Der Umsturz alles Bestehenden wird in der Naturwissenschaft nur von unkritischen, halbverrückten Fanatikern probiert, zum Beispiel von Leuten, die behaupten, ein Perpetuum mobile erfinden zu können. Und natürlich kommt bei solchen Versuchen gar nichts heraus. Allerdings weiß ich nicht, ob die Revolutionen in der Wissenschaft mit denen im Zusammenleben der Menschen verglichen werden können. Aber ich könnte mir denken, selbst wenn es sich um einen Wunschtraum handeln sollte, dass auch in der Geschichte der nachhaltigsten Revolutionen jene sind, bei denen man versucht, nur eng umgrenzte Probleme zu lösen und so wenig wie irgend möglich zu ändern. Denken Sie an jene große Revolution vor 2000 Jahren, deren Urheber Christus gesagt hat, »Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen«, also nochmal, es kommt darauf an, sich auf das eine wichtige Ziel zu beschränken und so wenig wie möglich zu ändern. Das Wenige, das dann doch geändert werden muss, kann hinterher eine solche verwandelnde Kraft besitzen, dass es fast alle Lebensformen von selbst umgestaltet. Aber warum hängen sie so an den alten Formen? Es wird doch oft vorkommen, dass alte Formen nicht mehr in die neue Zeit passen und dass sie nur aus einer Art von Trägheit aufrechterhalten werden. Warum soll man sie dann nicht gleich beseitigen? Zum Beispiel finde ich es absurd, dass die Professoren immer noch in ihren mittelalterlichen Talaren zu den Universitätsfeiern erscheinen. Nein, das ist doch ein alter Zopf, den man abschneiden sollte. Natürlich liegt mir nichts an den alten Formen, wohl aber an den Inhalten, die durch sie dargestellt werden sollen. Auch das möchte ich durch einen Vergleich mit der Physik erläutern. Die Formeln der klassischen Physik stellen ein altes Erfahrungswissen dar, das nicht nur immer richtig war, sondern auch in Zukunft und zu allen Zeiten richtig bleiben wird. Die Quantentheorie gibt diesem Erfahrungsschatz nur formal eine andere Gestalt. Aber inhaltlich kann sich hinsichtlich der Physik bei der Pendelbewegung, den Hebelgesetzen, den Planetenbewegungen gar nichts ändern, weil sich bei diesen Vorgängen ja auch die Welt nicht ändert. Um nun wieder auf die Talare zurückzukommen, diese alte Form stammt wohl aus der Zeit der ständischen Gliederung des Volkes und ihr entspricht als Inhalt die noch viel ältere Erfahrung, dass die Gruppe der Menschen, die viel gelernt haben, deren Denken an vielen schwierigen Gedankengängen anderer geschult ist, für eine menschliche Gemeinschaft besonders wichtig ist, da ihr Rat besser begründet ist als der anderer. Der Talar soll diese besondere Stellung zum Ausdruck bringen und den Träger, selbst wenn er als Einzelner den Forderungen seines Standes nicht genügt, vor den plumpen Angriffen der Masse schützen. Diese Erfahrung ist sicher auch in unserer Welt noch genauso richtig wie vor einigen hundert Jahren, aber es ist in der Tat ganz unwichtig, ob man sie äußerlich durch die Talare oder vielleicht besser in modernen Formen ausdrückt. Allerdings habe ich den Verdacht, dass manche Kritiker der Talare auch den Erfahrungsinhalt selbst verdrängen wollen, der sich in ihnen ausgesprochen hat. Das aber ist reine Dummheit, da man ja an den Tatsachen nichts ändern kann. Ja, sie spielen nun wieder die Erfahrung gegen die Aktivität der Jugend aus, so wie es die alten Leute immer tun und getan haben. Dagegen können wir dann nichts mehr sagen und wir sind wieder allein. Mein Besucher wandte sich zum Gehen, aber ich fragte ihn, ob ich ihm nicht den letzten Satz des Schumann-Konzertes noch einmal richtig vorspielen solle, soweit das UNO-Orchester möglich sei. Damit war er zufrieden und ich hatte danach beim Abschied den Eindruck, dass er mir freundlich gesonnen sei. In den auf dieses Gespräch folgenden Wochen wurden die Eingriffe in die Universität immer erschreckender. Einer unserer Fakultätskollegen, der Mathematiker Levi, der nach dem Gesetz unangefochten bleiben sollte, da er im Ersten Weltkrieg viele hohe Kriegsauszeichnungen erhalten hatte, wurde plötzlich seines Postens enthoben. Die Empörung unter den jüngeren Fakultätsmitgliedern, ich denke dabei besonders an Friedrich Hund, Karl Friedrich Bonhoeffer und den Mathematiker von der Baden, war so groß, dass wir erwogen, von unserer Stellung an der Universität zurückzutreten und möglichst viele Kollegen zu dem gleichen Schritt zu veranlassen. Vorher wollte ich mich aber noch einmal mit einem Älteren, der unser volles Vertrauen besaß, über diese Möglichkeit unterhalten. Ich bat der Herr Max Planck um eine Unterredung und suchte ihn in seinem Haus in der Wangenheimstraße in Berlin-Grunewald auf. Planck empfing mich in seinem nicht sehr hellen, aber freundlich altmodisch eingerichteten Wohnzimmer, in dem man zwar nicht in Wirklichkeit, aber im Geiste noch die alte Petroleumlampe über dem Tisch in der Mitte hängen sah. Planck schien mir seit unserem letzten Treffen um viele Jahre gealtert. Sein feines, schmales Gesicht hatte tiefe Falten, sein Lächeln bei der Begrüßung war gequält, er sah unendlich müde aus. Sie kommen, um bei mir Rat in politischen Fragen zu holen, begann er das Gespräch, aber ich fürchte, ich kann Ihnen keinen Rat mehr geben. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass sich die Katastrophe für Deutschland und damit auch für die deutschen Universitäten noch aufhalten lässt. Bevor Sie mir von den Zerstörungen in Leipzig erzählen, die sicher um nichts geringer sind als die bei uns in Berlin, will ich Ihnen lieber gleich über ein Gespräch berichten, das ich vor einigen Tagen mit Hitler geführt habe. Ich hatte gehofft, ihm klar machen zu können, welch enormen Schaden man den deutschen Universitäten und insbesondere auch der physikalischen Forschung in unserem Lande zufügt, wenn man die jüdischen Kollegen vertreibt. Wie sinnlos und zutiefst unmoralisch eine solche Handlungsweise wäre, da es sich ja zum größten Teil um Menschen handelt, die sich völlig als Deutsche fühlen und die im letzten Kriege sowie alle ihr Leben für Deutschland eingesetzt haben. Aber ich habe bei Hitler keinerlei Verständnis gefunden oder schlimmer, es gibt einfach keine Sprache, in der man sich mit einem solchen Menschen überhaupt verständigen kann. Hitler, so schien mir, hat jeden wirklichen Kontakt mit der Außenwelt verloren. Er empfindet das, was der andere sagt, bestensfalls als eine lästige Störung, die er sofort übertönt, indem er immer wieder die gleichen Phrasen über die Zersetzung des geistigen Lebens in den letzten 14 Jahren, über die Notwendigkeit, diesem Verfall in letzter Minute Einheits zu gebieten und so weiter, deklamiert. Dabei hat man den fatalen Eindruck, dass er diesen Unsinn selber glaubt und sich die Möglichkeit dieses Glaubens eben durch das Ausschalten aller äußeren Einflüsse sozusagen mit Gewalt verschafft, denn er ist von seinen sogenannten Ideen besessen, er ist keinerlei vernünftigem Einspruch zugänglich und wird Deutschland in eine entsetzliche Katastrophe führen. Ich berichtete nun über die Vorgänge in Leipzig und über den unter uns jüngeren Fakultätsmitgliedern erörterten Plan, unsere Professur demonstrativ niederzulegen und damit laut und deutlich ein Bisherher und nicht weiter auszusprechen, aber Planck war von der Erfolglosigkeit eines solchen Planes von vornherein überzeugt. Ich freue mich, dass Sie als junger Mensch noch optimistisch sind und glauben, mit solchen Schritten dem Unheil Einhalt gebieten zu können, aber leider beschätzen Sie den Einfluss der Universitäten und der geistig geschulten Menschen gewaltig. Die Öffentlichkeit würde von Ihrem Schritt praktisch nichts erfahren. Die Zeitungen würden entweder gar nichts berichten oder nur in einem so hämischen Ton über Ihren Rücktritt sprechen, dass niemand auf die Idee käme, daraus ernsthafte Folgerungen zu ziehen. Sehen Sie, man kann eine Lawine, die einmal in Bewegung geraten ist, nicht mehr in ihrem Lauf beeinflussen. Wie viel sie zerstören, wie viele Menschenleben sie vernichten wird, das ist durch die Naturgesetze schon entschieden, auch wenn man es noch nicht weiß. Auch Hitler kann den Lauf der Ereignisse nicht mehr wirklich bestimmen, denn er ist ja in viel höherem Maße ein von seiner Besessenheit getriebener als ein Treibender. Er kann nicht wissen, ob die Gewalten, die er entfesselt hat, ihn schließlich hoch emporheben oder jämmerlich vernichten werden. Ihr Schritt würde bis zum Ende der Katastrophe also nur Rückwirkungen auf sie selber haben. Vielleicht wären sie bereit, vieles hier in Kauf zu nehmen, aber für das Leben in unserem Lande wird alles, was sie tun, bestenfalls nach dem Ende wirksam werden. Darauf müssen wir also unser Augenmerk richten. Wenn sie zurücktreten, so würde ihnen im günstigsten Falle wohl nur übrig bleiben, im Ausland eine Stellung zu suchen. Was in ungünstigeren Fällen geschehen würde, will ich lieber nicht ausmalen. Sie würden dann im Ausland der großen Menge derer, die auswandern und eine Stellung suchen, zugerechnet werden und vielleicht einem anderen, der in größerer Not ist, als sie indirekt eine Stelle wegnehmen. Sie könnten dort wahrscheinlich ruhig arbeiten, sie wären außer Gefahr, und nach dem Ende der Katastrophe könnten sie, wenn sie den Wunsch haben, nach Deutschland zurückkehren, mit dem guten Gewissen, dass sie nie Kompromisse mit den Zerstörern Deutschlands geschlossen haben. Aber bis dahin sind vielleicht viele Jahre vergangen, sie sind anders geworden und die Menschen in Deutschland sind anders geworden und es ist sehr fraglich, wie viel sie in dieser veränderten Welt dann wirken könnten. Wenn sie nicht zurücktreten und hier bleiben, haben sie eine Aufgabe ganz anderer Art. Sie können die Katastrophe nicht aufhalten und müssen, um überleben zu können, sogar immer wieder irgendwelche Kompromisse schließen. Aber sie können versuchen, mit anderen zusammen Inseln des Bestandes zu bilden. Sie können junge Menschen um sich sammeln, ihnen zeigen, wie man gute Wissenschaft macht und ihnen dadurch auch die alten, richtigen Wertmaßstäbe im Bewusstsein bewahren. Natürlich weiß niemand, wie viel von solchen Inseln am Ende der Katastrophe noch übrig geblieben sein wird. Aber ich bin sicher, dass selbst kleine Gruppen von begabten jungen Menschen, die man in einem solchen Geist durch die Schreckenszeit hindurch bringen kann, für den Wiederaufbau nach dem Ende die größte Bedeutung haben. Denn solche Gruppen können Kristallisationskeime darstellen, von denen aus sich die neuen Lebensformen bilden. Das wird zunächst nur für den Wiederaufbau der wissenschaftlichen Forschung in Deutschland gelten. Aber da niemand weiß, welche Rolle Wissenschaft und Technik in der zukünftigen Welt spielen werden, mag es auch für weitere Bereiche wichtig werden. Ich meine, dass alle, die etwas ausrichten können und die nicht zum Beispiel durch ihre Rasse einfach gezwungen sind, auszuwandern, versuchen sollten, hier zu bleiben und eine fernere Zukunft vorzubereiten. Das wird sicher sehr schwierig sein und nicht ohne Gefahren und die Kompromisse, die eingegangen werden müssen, werden später mit Recht vorgehalten und vielleicht auch bestraft werden müssen. Aber vielleicht muss man es trotzdem tun. Natürlich kann ich es niemandem verdenken, wenn er anders entscheidet. Wenn er auswandert, weil er das Leben in Deutschland unerträglich findet, weil er das Unrecht, das hier geschieht, einfach nicht mit ansehen und sicher nicht verhindern kann, aber in einer solchen entsetzlichen Situation, wie wir sie jetzt in Deutschland vorfinden, kann man nicht mehr richtig handeln. Bei jeder Entscheidung, die man zu treffen hat, beteiligt man sich an irgendeiner Art von Unrecht. Da ist auch letzten Endes jeder auf sich allein gestellt. Es hat keinen Sinn mehr, Ratschläge zu geben oder anzunehmen. Da kann ich auch Ihnen nur sagen, machen Sie sich keine Hoffnung, und dass Sie, was immer Sie tun, bis zum Ende der Katastrophe, viel Unglück verhindern könnten. Aber denken Sie bei Ihrer Entscheidung an die Zeit, die danach kommt. Weiter als bis zu dieser Mahnung ist unser Gespräch dann nicht fortgesetzt worden. Auf dem Heimweg und dem Zug nach Leipzig gingen mir die ausgesprochenen Gedanken unablässig im Kopf herum und ich quälte mich mit der Frage, ob ich auswandern oder bleiben solle. Fast beneidete ich die Freunde, denen die Lebensgrundlage in Deutschland mit Gewalt entzogen worden war und die da wussten, dass sie unser Land verlassen mussten. Ihnen war bitter Unrecht geschehen und sie hatten große materielle Schwierigkeiten zu überwinden, aber ihnen war wenigstens die Wahl erspart. Ich versuchte mir das Problem, immer wieder neuen Formen zu stellen, um besser zu sehen, was richtig war. Wenn im eigenen Haus eine der Familienangehörigen an einer Infektion tödlich erkrankt ist, ist es dann richtiger, das Haus zu verlassen, um die Infektion nicht noch weiter zu tragen, oder ist es besser, den Kranken zu pflegen, auch wenn keine Hoffnung mehr besteht. Aber war es erlaubt, eine Revolution mit einer Krankheit zu vergleichen? War das nicht eine zu billige Methode, die sittlichen Maßstäbe außer Kraft zu setzen? Und dann, was waren die Kompromisse, von denen Planck gesprochen hatte? Am Anfang der Vorlesung musste man die Hand erheben, um den von der nationalsozialistischen Partei geforderten Formen zu genügen. Wie oft hatte ich vorher schon Bekannte begrüßt, indem ich die Hand erhob und ihnen zuwinkte. War das also ein entehrendes Zugeständnis? Man musste amtliche Briefe mit Heil Hitler unterzeichnen. Das war schon viel unerfreulicher, aber zum Glück hatte man ja nur selten solche Briefe zu schreiben. und dann hatte dieser Gruß sowieso den Unterton, ich will mit dir nichts zu tun haben. Man musste an Feiern und Aufmärschen teilnehmen, aber es würde wohl oft möglich sein, solche Verpflichtungen zu umgehen. Jeder einzelne Schritt dieser Art war vielleicht noch vertretbar, aber man würde wohl viele Schritte gehen müssen und waren die auch noch vertretbar. Hatte Wilhelm Tell damals recht gehandelt, als er dem Gesslerhut den Gruß verweigerte und damit das Leben seines Kindes in äußerste Gefahr brachte, hätte er da nicht auch einen Kompromiss schließen sollen? Aber wenn die Antwort hier Nein lautete, wieso sollte man dann jetzt in Deutschland Kompromisse schließen? Wenn man sich umgekehrt zur Auswanderung entschloss, wie vertrug sich dieser Entschluss mit der Kantschen Forderung, man solle so handeln, dass das eigene Handeln auch als allgemeine Maxime gelten könnte? Alle konnten ja nicht auswandern. Sollte man etwa ruhelos auf diesem Globus von einem Land zum anderen wandern, um den jeweils eintretenden sozialen Katastrophen zu entgehen? Auch die anderen Länder würden kaum auf lange Sicht von solchen oder ähnlichen Katastrophen verschont bleiben. Schließlich gehörte man doch durch Geburtssprache und Erziehung zu einem bestimmten Land und hieß auswandern nicht, unser Land kampflos einer Gruppe von besessenen Menschen zu überlassen, die seelisch aus dem Gleichgewicht geraten waren und die in ihrer Verwirrung Deutschland in ein unabsehbares Unhalt stürzten? Plank hatte davon gesprochen, dass man vor Entscheidungen gestellt werden könne, bei denen man nur noch Unrecht tun kann. Waren solche Situationen überhaupt möglich? Als Physiker versuchte ich mir, Gedankenexperimente zu erfinden, das heißt in diesem Falle Notlagen auszudenken, die, wenn sie auch nicht in der Wirklichkeit vorkämen, doch wirklichen Situationen hinreichend ähnlich und zugleich so extrem wären, dass man die Unmöglichkeit einer menschlich vertretbaren Lösung sofort einsehen konnte. Schließlich kam ich auf das folgende fürchterliche Beispiel. Eine diktatorische Regierung hat zehn ihrer Gegner ins Gefängnis geworfen und ist entschlossen, wenigstens den einen wichtigsten von ihnen, aber vielleicht auch alle zehn zu töten. Es liegt der Regierung aber viel daran, diesen Mord dem Ausland gegenüber als gerecht erscheinen zu lassen. Sie bietet also einem anderen ihrer Gegner, der wegen seines hohen internationalen Ansehens noch in Freiheit gelassen wurde, es könnte zum Beispiel ein angesehener Jurist im Lande sein, folgenden Vertrag an. Wenn der Jurist bereit ist, die Rechtlichkeit des Mordes an dem wichtigsten der Gegner mit seiner Unterschrift unter ein entsprechendes Gutachten zu decken, so werden die übrigen neun Gegner freigelassen und es werden Garantien angeboten, dass ihnen die Auswanderung ermöglicht wird. Wenn er die Unterschrift verweigert, werden alle zehn Gefangenen hingerichtet. Der Jurist kann nicht daran zweifeln, dass der Diktator mit dieser Drohung ernst machen wird. Was soll er tun? Ist seine weiße Weste, wie man es damals zynisch nannte, mehr wert als das Leben der neuen Freunde? Selbst der Freitod des Juristen wäre keine Lösung mehr, da er ja auch die Rettung der unschuldig Gefangenen verhindern würde. Dazu kam mir ein Gespräch mit Nils in den Sinn, der von einer Komplementarität der Begriffe Gerechtigkeit und Liebe gesprochen hatte. Zwar sind beide, Gerechtigkeit und Liebe, wesentliche Bestandteile unseres Verhaltens im Zusammenleben mit anderen Menschen, aber letzten Endes schließen sie einander aus. Die Gerechtigkeit gebietet dem Juristen, die Unterschrift zu verweigern. Auch würden die politischen Folgen der Unterschrift vielleicht mehr Menschen ins Unglück stürzen als nur die neuen Freunde. Aber darf sich die Liebe dem Hilferufer schließen, den die verzweifelten Angehörigen der Freunde an den Juristen richten? Dann kam es mir wieder kindisch vor, solche absurden Gedankenspiele zu betreiben. Es kam doch darauf an, hier und jetzt zu entscheiden, ob ich auswandern oder in Deutschland bleiben wollte. Man musste an die Zeit nach der Katastrophe denken. Das hatte Planck gesagt und das leuchtete mir ein. Also, Inseln des Bestandes bilden, junge Leute sammeln und sie nach Möglichkeit lebendig durch die Katastrophe bringen und dann nach dem Ende wieder neu aufbauen. Das war die Aufgabe, von der Planck gesprochen hatte. Dazu gehörte wohl unvermeidlich, Kompromisse zu schließen und später dafür mit Recht bestraft werden und vielleicht noch Schlimmeres. Aber es war wenigstens eine klargestellte Aufgabe. Draußen wäre man eigentlich überflüssig. Dort gab es nur Aufgaben, die von vielen anderen besser geleistet werden konnten. Bei der Rückkehr nach Leipzig war mein Entschluss gefasst, wenigstens vorläufig in Deutschland und an der Universität Leipzig zu bleiben und zu sehen, wohin mich dieser Weg weiter führen würde. Untertitelung im Auftrag des ZDF,